Herzlich willkommen zu einem neuen Teil. Wusstet ihr schon, es wird wahrscheinlich das letzte Video für dieses Jahr sein. Dafür umso spannender. Heute haben wir natürlich ein paar neue Produkte, die ich euch auch nochmal zeigen will. Also ganz besonders stolz bin ich auf die Polierpads von Dope Fibers. Es sind noch nicht alle da, aber dazu kommen wir gleich nochmal. Wir fangen als erstes an mit den neuen Gion Produkten. Das sind die PPF, Wash, Maintain, also Detailer, Shampoo und eben diese Lithium-Dioxid-Versierung. PPF nochmal für alle ist Paint Protection Film, das heißt so gesehen Schutzfilm, also folierte Fahrzeuge. Und dafür sind dann eben diese Versiegelung und die Produkte vorhanden. Ich habe selber überlegt, ob ich von XPEL die Folie Ultimate Plus auf meinen S8 mache, bin mir aber da noch nicht ganz schlüssig. Wenn ich das machen sollte, werde ich das auf jeden Fall auch mit den Produkten testen und auch durchführen. Und dann, ja, gucken wir mal nach. Aber das weiß ich jetzt genau noch nicht. Jedenfalls gibt es die Pflegeserie auch schon. Die PPF-Folie gibt es auch schon von Gion. Die ist aber in Deutschland so gesehen noch nicht verfügbar, weil der Distributor selber noch nicht weiß, wie er das machen soll. Weil eine, so eine Folienrolle kostet irgendwie 1300 Euro, das ist schon sehr viel Geld. Da sind natürlich auch ein paar Meter drauf, aber für Normalsterbliche lohnt sich das natürlich nicht. Ich denke mal, die wollen eher in den stark gewerblichen Bereich gehen. Als nächstes kommen wir erstmal zu den Gion, zu den Monello-Produkten. Bei Monello haben sich zwei neue Produkte entwickelt und zwar einmal ein Trockentuch in zwei verschiedenen Größen. Das sind auch geschlaufte Fasern und auf der Rückseite habt ihr eben normale Fasern. Ist jetzt nicht krass was Neues, aber auch wieder ein guter Preis und sie sind wirklich wieder gut verarbeitet, so wie wir es auch von Monello erkennen. Zusätzlich haben die eben auch noch so einen Pinsel mitentwickelt, so einen richtig weichen Pinsel. Ist ähnlich weich, muss ich dazu sagen, wie die von Dope Fibers. Aber unsere finde ich von der Größenapplikation her ein bisschen besser. Also ich denke mal, dass die Pinsel ideal sind zum Waschen im Außenbereich und für Staubanwendungen im Innenbereich. So würde ich sie jetzt verwenden. Gibt es auch in groß und in klein, in so einer kleinen Verpackung, in meinem Zweierset, relativ komfortabel. Und als nächstes, Kai wollen wir die Waschding zuerst machen oder wollen wir die... Okay, als nächstes haben wir so eine Waschmatte. Kai versucht jetzt mal ein bisschen drauf zu schwenken. Das ist diese Waschmatte, ihr habt die sicherlich schon bei Gloss Boss gesehen. Der Marvin und der Burger, die haben die selber auch schon in Benutzung. Das ist, glaube ich, eine ähnliche oder fast sogar die gleiche. Die kostet so um die 350, 360, 370 Euro, je nachdem, was man da so haben will. Weil es gibt mehrere Sachen davon. Die sind 3x6 Meter groß. Es gibt auch ein bisschen größer, auch ein bisschen kleiner. Und die haben eben nochmal hier so eine Einnaht, also in der unteren Folie. Und die haben eben so eine Erhebung an der Seite. Und wir sind mit dem Landkreis derzeit noch am Schreiben, ob das in der Form legal ist, selber sein Auto mit so einer Matte zu waschen. Kurz nochmal zu dem Hintergrund. Ich schneide das nur ganz kurz an, weil wir das in einem anderen Video dann nochmal deutlicher erwähnen werden. Man fährt sein Auto drauf, man wäscht das Auto ganz normal. Und das Abwasser sorgt man mit einem Nasssauger ab und sorgt das eben im Abwasser. Weil das Problem ist eben, dass dieses Waschwasser nicht ins Grundwasser fließen darf, sondern muss ins Abwasser fließen. Und da war bisher immer das Problem. Und ich denke, es wäre also wirklich mega geil, wenn das funktionieren würde. Weil dann könnte auch jeder Mensch zu Hause ein eigenes Auto legal waschen. Und das finde ich eigentlich mega geil. Auch für mich wäre das mega schön. Könnte ich nämlich draußen auf dem Hof einfach das Ding ausbreiten, mein Auto waschen und mich eben freuen. Mega geil. Also ich finde es cool. Wir werden dann auch die deutsche Distribution dafür übernehmen. Ich habe auch selber schon versucht, die Sachen aus China zu besorgen. Ist nicht in der Form möglich, weil die können niemals diese Qualität besorgen, die die hier in Europa herstellen können. Und ja, wartet da nochmal ein bisschen ab. Ich wollte das Thema nur kurz ein bisschen anschauen. Vielleicht habt ihr auch schon ein bisschen Erfahrung. Wie gesagt, Glossbox hat das schon stark im Betrieb. Und hat darüber auch schon ein Video gedreht. Können wir nochmal unten mit verlinken. Könnt ihr euch das auch nochmal mit anschauen. Wir werden das auf jeden Fall auch nochmal durchtesten. Ja und als nächstes bin ich wirklich also ultra stolz darauf, weil wir haben ja unsere eigenen Polierpads. Ja, die Finish Pad Dope, Cut Pad Dope und Heavy Cut Pad Dope. Die Heavy Cut Pad Dope von Dolpharber sind jetzt noch nicht verfügbar. Und das möchte ich auch nochmal genau sagen. Das hier sind die Polierpads. Die gibt es jetzt eben in 130er Stützteller, 75er Stützteller, also 80. Und dann für die Hybrid in 50 und 35 werden die auch noch produziert. Kommen aber erst nächstes Jahr, weil die Produktion das in der Form nicht mehr geschafft hat. Das ist europäischer Schaum. Das ist extra Schaum, der von uns, von der Euroform GmbH entwickelt wurde. Also den haben wir zusammen entwickelt. Der wurde extra für uns produziert. Nicht, dass irgendwer denkt, weil ich habe nämlich schon ein paar Sachen gelesen. Die haben gesagt, ja, das sind die gleichen wie von Padsolz oder anderen Herstellern. Tritra tralala ist nicht der Fall. Es sind wirklich speziell neue Polierpads. Und ich zeige euch mal kurz das Heavy Cut Pad. Das hier ist nur ein Prototyp. Und zwar ist das dann das Heavy Cut Pad, das was so gesehen jetzt noch fehlt. Das ist ein hartes Pad, was eben, wie soll man sagen, auch durch die Wärme nicht weich wird. Ihr habt das bei vielen anderen Heavy Cut Pads, dass die durch die Wärme weich werden. Die verlieren an Abrissivität, also an Schleifwirkung. Und das ist immer blöd. Und die zerfleddern eben relativ schnell. Wir haben jetzt ein Pad gefunden. Das bleibt formstabil. Bleibt der hohe Cut. Und es zerfleddert nicht. Und das finde ich eigentlich ziemlich cool. Und es frisst sich eben auch nicht von innen auf. Könnt ihr dann selber aber später nochmal testen. Die sind eben noch in Produktion. Der rote Schwamm, der dauerte ein bisschen länger. Deswegen könnt ihr euch auch schon mal sicher sein, dass wir das selber entwickelt und produziert haben. Und nichts hier irgendwie abkupfern und uns so ein Ding da mit drauf hämmern. Auch mega geil. Hier auf jeden Fall die Verpackung. Wir haben eine saubere, schöne Verpackung mit so einem Label Inlay. Da könnt ihr nochmal alle Informationen ablesen. Ich habe sogar alle Polituren mit dabei geschrieben, die ihr mit diesem Pad verwenden könnt. Hier jetzt alles auf Englisch. Aber ich denke mal, das ist für jeden ganz normal ersichtlich. Heavy Cut, Cut, Finish. Das ist die gleiche Serie wie die Pullish Dope Tücher. Und es passt eben auch farblich zu den Menzerna Polituren. Das heißt, wir haben Rot, Gelb, Grün. Heavy Cut, Cut, Finish. Und das ist eigentlich ziemlich gut, finde ich jetzt persönlich. Wir haben auch 20er Pads genommen. Das heißt, die Dicke ist jetzt nicht 25 oder 15, sondern es ist genau perfekt mit der Dicke. Und wir haben hinten eben eingelasert Dope Fibers und dann nochmal den Politurschritt. Jetzt hier in dem Fall bei Grün 3 Finish. Sind schon im Shop verfügbar. Und nächstes Jahr im Januar, ich denke mal zweite Kalenderwoche oder sowas, werden die Roten dann auch mit da sein. Und dann gibt es auch diese Starter Sets, wo dann Rot, Grün, Gelb mit dabei ist. In so einem kompletten Package. Ja, auf jeden Fall, ich werde auch nochmal jetzt gucken, ob ich in der Winterzeit noch ein bisschen Zeit habe, meinen Audi zu polieren. Hätte ich Bock drauf, muss ich aber gucken, ob das zeitlich passt, weil bisher hat das leider zeitlich nicht gepasst. Und dann werde ich das mit den Polierpads natürlich auch durchführen und auch nochmal weiter testen. Ich habe die Prototypen von den Polierpads jetzt auch schon lange durchgetestet. Deswegen habe ich die erste in die Produktion gegeben. Ja, also Polierpads haben wir auch wirklich genug da. Die sind auch schon unterwegs zu den europäischen Distributoren, jetzt was Dope Fibers angeht. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr die natürlich auch gerne testen. Ja, das war eine neue Folge, wusstet ihr schon. Sonst gibt es nicht großartig viel Neues. Das werden wir auf jeden Fall im nächsten Jahr, in der nächsten Folge alles machen. Unser Geschäft hat auch geschlossen, von Weihnachten bis Silvester komplett zu. Aber der Online-Shop hat offen. Das heißt, ihr könnt ganz normal bestellen und die Bestellungen gehen dann an normalen Werktagen auch ganz normal raus. Aber wir sind eben nicht hier direkt anwesend. Ich komme nur morgens her, packe die Pakete und dann holt die DEL dann nachmittags ab. Nur damit ihr Bescheid wisst, jetzt werden wir noch eine kleine Weihnachtsfeier machen. Für uns selber, Peter Pane im Braunschweig. Ansonsten wünsche ich euch schöne Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Viel Spaß, euer Florian. Ciao.